Also Jack, ich bin bereit. Sei vorsichtig mit meinen Sachen. Aha, aha. Was haben wir denn hier? Ich hase... Brandneues Grammophon. Was schleppt die alles mit, die Alte? Vielleicht die beste Platte in diesem Koffer, aber Yves Musikgeschmack ist furchtein. Ich glaube, es ist Zeit, die Vereinigten Staaten zu besuchen. Ich will auch mal so einen Fahrstuhl spielen. Deutsche Blasmusik, yay. Ich wollte schon immer eine Schellackplatte mit deutscher Blasmusik. Moment, eigentlich nicht. Das sieht nett aus, aber ich weiß nicht, wofür ich das in der Wüste brauchen soll. Das weiß ich allerdings auch noch nicht. Ein roter Sonnenschirm. Sieht asiatisch aus und besteht aus Papier. Nicht sehr stabil. Gut. Dann können wir wohl momentan nichts weiter hier rausnehmen. So, was haben wir denn jetzt hier für einen Scheiß? Dafür ist der Schirm zu schade. Ein roter Sonnenschirm. Sieht asiatisch aus und besteht aus Papier. Nicht sehr stabil. Passt. Und jetzt? Wer wartet jetzt? Was haben wir denn hier? Holer Baum. Müssen wir vielleicht das hier reinstellen? War dazu Halt? Hey, schau sie dir an. Die Affen schlafen ein. Vielleicht macht die Musik sie müde. Oh. Äh. Und das? Das wird nicht funktionieren. Die Hitze macht mich fertig. Und das? Hey, Jack. Schau, was die verrückten Affen machen. Sie tanzen. Wie nötig. Es scheint, dass der Elefant über die runtergefallenen Früchte sehr glücklich ist. Aha. Oh. Der Elefant erträgt die schrecklichen Affenschreie auch nicht. Kann ich gut verstehen. Okay. Können wir jetzt hier irgendwas davon aufnehmen? Das ist auch nicht die beste Garderobe für diese Umgebung. Sie sind klebrig. Sehr klebrig. Und riechen etwas vergoren. Ekelhaft. Herzchen. Was ich trage, nennt sich Mode. Können wir das dem Elefanten geben? Na los, großer Freund. Schnapp dir die, äh, leckeren Früchte. Okay. Wir konnten die schon mal zumindest dadurch ein bisschen jetzt locken. Oder auch nicht. Der geht ja woanders hin. Sieh mal, Jack. Diese Elefanten sind erstaunliche Tiere. Und der hier scheint Früchte zu mögen. Aha. Gemütlicher Stein, ja. Ich gehe besser nicht näher an die Herde heran. Könnte gefährlich werden. Nutzloser, modischer Plunder. Müssen wir das vielleicht nochmal spielen? Dann wollen wir uns mal. Der Elefant erträgt die schrecklichen Affenschreie auch nicht. Kann ich gut verstehen. Vielleicht können wir ja so eine Feige nehmen. Hallo. So. So eine Feige. Sie sind klebrig, sehr klebrig und riechen etwas vergoren. Ekelhaft. Ist dir aufgefallen, dass einer der Affen eine Krone trinkt? Ich möchte nicht wissen, von wo der abgehauen ist. Vielleicht müssen wir das ja mit unserem Auto... Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Ich habe da eine Vermutung. Was allerdings heißen würde, dass er besonders intelligent ist und trainiert wurde, Ballons zu fliegen. Aber sonst noch irgendeine Möglichkeit? Was ist, wenn wir diese Musik aufspielen? Was passiert denn dann? Die Schallplatte hat man ja noch nicht gehabt. Das war doch gerade Tom und Jerry, oder nicht? Oder, Leute? Das war doch Tom und Jerry gerade. Also, dass Tom und Jerry war... Das habe ich früher geliebt. Diese Sendung. Hatte ich auch damals ein Sticker-Album gehabt. Wo ich nur so ein kleiner Wutz war. Ach, mein Schlanglanges, ja. Ich hasse es, hier zu sein. Ich weiß nicht, was das für Früchte sind. Essen sollte ich sie nicht. Alles Mögliche könnte passieren. Besser nicht. Hättest du gern. Gibt es irgendetwas, das du nicht hättest? Na los, großer Freund. Schnapp dir die... äh, leckeren Früchte. Der setzt sich da immer auf so einen Stein. Sieh mal, Jack. Diese Elefanten sind erstaunliche Tiere. Und der hier scheint Früchte zu mögen. Oh, wie kriegen wir ein Auto jetzt dahingeschoben? Fragen wir sie mal. Weißt du, wie wir das Auto reparieren können? Ich bin wirklich kein Experte. Ich bin ja schon froh, dass mein Vater sich so ein Ding gekauft hat und ich ein wenig üben konnte. So richtig schlau werde ich aus der Kiste nicht. Schon mal Karl gefragt? Ja, das Hammer, aber... Gesättigt, 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 hungrig, ja. Nur wie oft sollen wir denn diese Musik hier noch spielen? Vielleicht noch mit Karl reden? Hm. Karl, wir sitzen hier mitten in der Savanne fest. Das ist ärgerlich für euch. Und ich sitze noch hier am Nil. Karl, wie hebe ich jetzt dein blödes Auto an? Jack, bist du das? Du bist noch am Leben? Noch nicht verhungert oder von wilden Tieren gefressen worden? Sehr witzig. In Kürze haben uns aber Elefanten totgetrampelt oder Affen in den Wahnsinn getrieben. Vielleicht könnten die Elefanten beim Anheben des Autos helfen. Nur so eine Idee. Karl, mal ehrlich. Elefanten? Wie sollen die uns helfen? Jack, du gehst mir auf die Nerven. Ich weiß es wirklich nicht. Hör auf, mit mir zu reden. Ich habe Arbeit zu erledigen. Also legen wir diesen Partyfaker hier nochmal wieder drauf. Und schmeißen diese Kiste nochmal an. Hey Jack, schau, was die verrückten Affen machen. Sie tanzen. Wirklich. Es scheint, dass der Elefant über die runtergefallenen Früchte sehr glücklich ist. Oh, der Elefant erträgt die schrecklichen Affenschreie auch nicht. Kann ich gut verstehen. Ja, Problem ist, jetzt haben wir wieder diese Früchte. Also anfangs hakt das hier, wenn man gehen will. Ich gehe besser nicht näher an die Herde heran. Könnte gefährlich werden. Ja, wollte ich auch eigentlich nicht. Ich wollte hier so eine... Überreif, überreif. Die sind alle überreif. Kann man vielleicht hier hinten rum. Hm. Nutzloser, modischer Erplundern. Ich gehe besser nicht näher an die Herde heran. Könnte gefährlich werden. Okay, dann geht er wieder da hin. Aber bis hierhin können wir ja. Aber... Wir stecken mitten in der Savanne fest. Nur Sand überall. Ohne Auto kommen wir hier nicht weg. Verdammt, ich wusste es. Beeil dich, Jack. Reparier das Auto und bring uns zu Karl zurück. Immerhin haben wir nette Gesellschaft. Sieh dir doch mal diese Elefantenherde an. Und die Affen. Carsten grins. Das heißt, Dornen hat gewonnen. Nicht gewonnen? Nein, nein. 0-0. Ja, leider. Ah. Soll ich hier weitermachen, oder? Ah, ja. Also, okay. Viel Spaß. Danke. Das ist natürlich schade, 0-0. Ist eine scheiß Ausgangsposition. Nö. Ich bin mir erzeigen. Ja, eben. Und das heißt, wenn die ein Tor machen und Dortmund ausgleichen sollte, ist Malaga weiter. Was allerdings heißen würde, dass er besonders intelligent ist und trainiert wurde, über die Ballons zu fliegen. Spiel lieber, statt über Fußball zu gehen. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Was für Ballons. Aber jetzt gimmert das hier wieder dem Elefanten und dann... Na los, großer Freund. Ja, setzt er sich da hinten hin. Schnapp dir die, ähm, lecker... Das ist doof. Das müssen wir irgendwie anders machen. Ich hasse es, hier zu sein. Das ist immer nur ein hungriger... Elefant. Oder vielleicht... Hier zum Hochheben. Hm. Also, wenn wir diese Feige haben... Er ist erinnert mich an meine Heimat. Hey, Jack. Schau, was die verrückten Affen machen. Sie tanzen. Wie nötig. Ihrionydeet mich eroder, sehr schön. Aber das ist die Treffung. Ich würde Dinge,